Willkommen in der Welt gehärteter Stahlnägel. Willkommen ebenfalls in der Welt der Kunststoffbefestigungen. In der Welt von Don Quixote. Eine Welt, die hier im Süden der Niederlande beginnt. Jeden Tag machen sich über 10 Millionen Don Quixote-Nägel und Kunststoffbefestigungen auf ihren Weg in nahezu alle Teile der Welt. Tag für Tag vertrauen hunderttausende Profis aus der Bau- und Installationsbranche den Produkten von Don Quixote. Made in Holland. Hergestellt von J.H. de Witt & Sonnen, ein traditionsreiches Unternehmen. Hier fing alles an. Im Jahre 1921 gründete Jan de Witt sein Familienunternehmen. Seitdem hat sich vieles verändert. Der Betrieb wurde professioneller und breitete sich dank Verkaufsniederlassungen in Deutschland und Frankreich rasch aus. Das fachmännische Können und die Leidenschaft, erstklassige Produkte herzustellen, blieben unverändert. Welche Anforderungen auch gestellt werden, Don Quixote erfüllt die höchsten internationalen Qualitätsnormen. Dank der Hingabe ständiger Produktentwicklung und eines gewissenhaften Produktionsprozesses. Jeden Tag beliefern LKWs mit wertvoller Ladung das Firmengelände von Don Quixote. Hochwertiger Kohlenstoffstahldraht, Messing- und rostfreier Stahldraht. Auf Kabelrollen von 500 kg werden diese Waren in verschiedenen Durchmessern geliefert. Auf Wunsch wird der Stahldraht in unserer Firma auf andere Durchmesser aufgezogen. Flexibilität und Maßarbeit sind somit garantiert. In Nagelmaschinen wird der Draht zu Nägeln verarbeitet. Und dies durchgehend. 24 Stunden pro Tag, 6 Tage die Woche. Jede Sekunde über 100 Stück. Können Sie sich das vorstellen? Bestimmte Produkte erhalten im Walzwerk ein Profil. In speziellen Trommeln werden die Nägel gereinigt und Unebenheiten beseitigt. Die wichtigste Phase im Produktionsprozess. Der Härtungsprozess. Hier entstehen die Härte und die Biegsamkeit der Stahlnägel. Die Nägel werden in computergesteuerten Öfen erhitzt. Wobei die sorgfältig geheim gehaltene Temperatureinstellung je nach Markt, Produkt und Anwendungsbereich unterschiedlich ist. Hier entsteht die Top-Qualität von Don Quixote. Ein sicherer Nagel, der einfach in den härtesten Beton einzuschlagen ist und nicht bricht. Don Quixote bietet jedoch noch mehr. Zum Beispiel Kunststoffbefestigungen. Auch in dieser Abteilung arbeiten die Maschinen auf Hochtouren. Die Wirksamkeit dieser ausgeklügelten und zeitsparenden Produkte ist mittlerweile weltbekannt. Denken Sie nur an Speedplug, Fixpin, Speedclip und TotalFix. Auch das ist typisch für Don Quixote. Alles dreht sich um Top-Qualität und Innovation. Auf neue Bedürfnisse reagieren. Don Quixote kann das besser als andere. Dank eigener Entwicklungsabteilung und Werkzeugherstellung, in der schon manch patentiertes Produkt entstanden ist. Ein unvorstellbares Sortiment tausender verschiedener Produkte. Dank eines ausgeklügelten und engagierten Vertriebsnetzes sind diese Befestigungsmaterialien weltweit erhältlich. Und nicht nur das. Don Quixote ist sogar Weltmarktführer. Jeden Tag über 10 Millionen Stück. Jede Sekunde nehmen über 100 Bauarbeiter einen Don Quixote-Nagel in die Hand und vertrauen unserer Qualität, Zuverlässigkeit, Effizienz und Sicherheit. Eine Verantwortung, die wir gerne tragen. Die Welt von gehärteten Stahlnägeln und Kunststoffbefestigungen. Die Welt von Don Quixote. 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 Welcome also to the world of nylon fixings, the world of Don Quixote, a world that starts here in the south of the Netherlands. Every day more than 10 million Don Quixote nails and nylon fixings find their way to practically every continent. Daily, many thousands of professionals in the building and installation segment put their trust in the Don Quixote products, made in Holland. Produced by Jeha de Witt & Zona, a company with a long tradition. This is where it all started. In 1921, Mr. Jan de Witt founded his company. A lot has changed since. The company has professionalized and thanks to their own sales offices in Germany and France, has grown strongly. What remains unchanged is the craftsmanship and professionalism to produce first class products. No matter what the requirements, Don Quixote meets the highest international quality standards. As a result of dedication, continuous product development and a meticulous production process. Every day trucks drive into our Don Quixote warehouse with high grade carbon steel wire, brass and stainless steel wire. Each reel weighs 500 kilograms and there are many different diameters. If required, the steel wire can be drawn into smaller diameters by our own drawing machines. Flexibility and tailor made goods are guaranteed. Special high speed machines turn the wire into nails. It's a non-stop process running 24 hours a day, six days a week. Every second, more than 100 nails. Can you believe it? Some types of nails are provided with a profile using rolling machines. In special drums, nails are cleaned and irregularities removed. The crucial stage in the production process, the tempering. During this process, the hardness and the bend resistance of the steel nails are fixed. The nails are heated in computer controlled furnaces, each temperature setting a closely guarded secret, unique to a specific product. It is here that Don Quixote's top quality is determined. A safe nail, easy to hammer into the hardest concrete without breaking. But Don Quixote has plenty more to offer. Like nylon fixings. For this range, the machines also run at top speed. Because the added value of these innovative time saving products is renowned worldwide. Think about the speed plug, the fix pin, the speed clip, and the total fix. That is typical of Don Quixote. It is all about supplying top quality and still being innovative. Anticipating new needs. Don Quixote does that like no other. Our own R&D has created innumerable patented products over the years, and we carefully develop our own tooling. An unbelievable range of different products. Thanks to the sophisticated and dedicated distribution network, these fixings are available worldwide. More than that, Don Quixote is a world market leader. Every day, more than 10 million nails. Every second, more than 100 builders handle Don Quixote nails. Trusting the quality, the reliability, the efficiency and safety. A responsibility we are proud to carry. The world of hardened steel nails and nylon fixings. The world of Don Quixote. Don Quixote. Don Quixote. The home. Maybe you should now contact us amph completions of different products in these products. The new managers. Vielen Dank.